So und herzlich willkommen zurück zu The World is a weapon. Beim letzten mal haben wir das Symbolenschluss angefangen und die erste hilfe haben wir bereits geschafft und haben jetzt so eine Art Checkpoint bekommen, wo wir noch eine neue Waffe bekommen haben die relativ wild aussieht die auch wilde Magie hat wir machen einfach mal weiter und schauen was das erwartet So, ich werde gleich mal irgendwo mein Miracle Slash benutzen müssen was zerstört was ich hab äh, schönes Schwert Ok, hier sind definitiv neue Gegner am Start Heil mich! Nice So, ich hoffe das dir ein bisschen was aussieht Wir nehmen mal die Lampe Ok Ach so, ich hab meine Durability damit Was ist so ein Panel? Nein, oh ich hab keinen Platz, ich raste aus Ach, jeder weg mit dem Pot Ach, jeder weg mit dem Pot So Der blaue Ok, der blaue Wurm wird Ähm, ich kann mir das Klammer aber ich nicht einfach so fangen kann Wohne könnte ich sowieso nicht, weil kein Platz So, auch spät ist jetzt genug Platz haben So, get discarded und komm her Kollege Den hatte ich nämlich auch nicht Okay, nice Sehr viel schwächende Magie So, und der will es schon wieder wissen Hier komm Miracle Slash Flash Kammer zum Leben Nice Oh mein Gott Geil Hm Moment Der kann eigentlich wieder gehen Und das hier kann eigentlich auch gehen Hm Moment Der kann eigentlich wieder gehen Und das hier kann eigentlich auch gehen Machen wir weiter Oh, sogar eine neue Pferdesorte Und die anderen vier die ganze Zeit gesucht habe Okay Wie kriege ich die jetzt am besten Okay, die vier hatte ich alle noch nicht Wuhhh Wuhhh Erstmal heilen Erstmal heilen Erstmal heilen Okay Okay Der hat das überlebt Der rast auch komplett aus So, der reaper Junge Ähm Ich brauch Platz Ja Die hat das perfekt damit Ja, die hatte ich schon Das ist natürlich jetzt eher sinnlos Na Hm Was zum Teufel Ah Es lebt noch Nur um mir trotzdem zu frizieren Komm ihr Diska Was solls Nice Noch so viel was bisher gefehlt hat Was ist das Was ist das Was ist das Was ist das Wann ich nicht mehr Was ist das Wann ich noch nicht mehr Oh yeah Okay, da sind wir die Eisenviecher Oder Diamantviecher, was auch immer Gucken, ob ich sie nicht diesmal irgendwie am Leben lassen kann Oh, warte mal, ich gucke mir erst um das Pferd hier Wunderbar So, damit kann der erstmal auch gehen Grip Ich benutze mal den Goblin und gucke, was die davon halten Ein Damage, naja Dann machen wir das eben mal ein bisschen Gar kein Thema Was man nicht macht, um so ein Vieh zu fangen Habe ich jetzt überhaupt noch Platz? Ja, habe ich Komm Yes Okay, nett, aber Schon sinnlos Der kann eigentlich auch nicht direkt wieder gehen Und einmal voller hellen, bitte Naja, das war ja gar nichts Äh, tisch Naja, der bufft sich erstmal, ist klar Man grinst sich halt So, ausgebufft So, jetzt kann weg Das Vieh Das Vieh Das kann erstmal bleiben Gut Feuer Auch gut Oh, der, ich war jetzt gleich schon mitgrenzt Ich dachte schon Naja Gut Müssen wir mitleben Bro, komm Viel zu weit Oh, ja Das Nollschwert Jetzt glaube ich noch, der geht da drauf Und die grieße die weg Okay, check mal kurz, ob ich schon alle Von den Minotaurern habe Ja, habe ich schon alle Okay, Monster habe ich sogar schon alle mal gehabt Wild 97,2% Viel fehlt nicht mehr Boah, ich kann auch einfach Hier Ich mache es mir leicht Oh mein Gott Ah Nice Komm, gefeuer Ey Na geil Jetzt misst viel Nicht gut Hier Helle Bade Auf geht's Nice Ja gut Ja gut Ein paar Herbst verloren Was willst du machen Die Feuer Auch gut Alles ist sehr uninteressant Was gibt's Was gibt's jetzt Oh ja Das Messer ist schön Die Räume werden auch immer wilder Aber macht nix Ich habe die passende Antwort 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 Wie kann ich den Brunnen bisher übersehen haben? Wie kann ich mich dem nähern? Ja, okay. Stopp, ey. Nice. Na ja, auch wieder eine Sache mehr, die wir haben. So, der Tisch kann jetzt auch mal gehen. Oh ja. Na ja, ganz kurz, aber auch nicht. Oh, die Apfelkiste. Die Apfelkiste ist natürlich auch sehr wild. Auf geht's. Verschwendung. Komm. So treffe ich eh niemanden. Goddamage. Jetzt aber. Wo ist die Ice-Magie? So, hier nehme ich jetzt den Staff, bitteschön. Ihr habt's so gewollt. Mist, Fieser. So, hier ist der Abel. Wow. Wo kommt der noch einmal her? Abflug, Kollege. Das hau ich jetzt weg. Ja, komm. Wilde Sachen, die ich hier noch gerade dabei habe. So, ich glaube, eine Ebene oder so müsste jetzt noch kommen. Mit ganz wilden Gegnern. Okay. Selbststrategie wie immer. Lasse es Feuer regnen. Feuer. Einfach so ein ganz normales Hühnchen. Wow, level up. Nein, ich würde eigentlich Angriff haben. Nein, egal. Okay. Das kann ich auch. Ey. Ein Magie-Show-Off. Nur, dass ich weiterleben darf. So, komm. Jetzt gibt es Feuer. Verdammt. Okay, dann gebe ich jetzt Feuer. Sinnlos. Wahrlich sinnlos. Und Miracle Slash. Auf geht's. Oh, yeah. Flux war ich wieder voll. Und Flux war jetzt wieder fast leer. Beeindruckend. Aha. Ich glaube, jetzt kommt noch eine Ebene. Danach bin ich erst fertig. Ja. Ja. Okay. Nein. Feuer. 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 weg spiel gibt doch feuer jetzt so das leuchtschwert und hier so ein bisschen durch die durch ja ist sehr gut ich verstehe properties hat das viel so was du willst das maul haben kein problem nächster miracle slash ist bereit auf geht's so und jetzt noch mal er hier nein was soll das so haben wir alles schon gehabt witz auch fünf mal angriff nicht schlecht doch noch eine ebene alter falter so allmählich reicht es eigentlich das war bisher netter modus ah junge junge ist ja gut zieh ab meine güte vielleicht kriegt noch ein miracle slash zusammen sinnlos ja ja ich habe mich voll leistet in den bosskampf ist auch okay so miss vier vergifte mich doch nicht so jetzt kann nur noch raus ja den baum obwohl den baum brauche ich vielleicht sogar noch ich würde sagen das pferd das kann eigentlich weg ja weg mit dem pferd äpfel sind die einzig wahre waffe oh boy es wird ernst und da stand ich mit meinen äpfeln wow oder dämonenlord wow ich bin der dämonenkönig wie magst du meine böse aussehen in sachen ich bin der stärkste dämonenkönig jemals was zum was macht jemand so kleines und zerbrechen ist ja du bist sicher und knarfen helden oder wie bist du herkommen mindblown naja wie muss sein das sollte er ja geschafft das gibt es schon das recht mich herauszuladen mua the demon lord ok das ist der dämonen lord dämonkönig dolhabach ok der geschichte die schon tausend Jahre geht er wurde von dem könig besiegt und schon weggesperrt aber hat seine kräfte wieder erlangt und hat die festung von den leuten damals zerstört aber ein dämonenkönig macht viel mehr als nur ein paar ein paar verbrechen gegen die menschheit der stellt die kraft zwischen mann und monster her sorgt dafür dass auch die monster nicht zu viel schadende menschen anrichten aber wie muss sein die menschen werden ansässig in der friedlichen welt seine anwesenheit so quasi für das gleichgewicht sorgen ja ja wir verstehen wie wichtig du bist wir machen dich trotzdem platt ich habe die größte böses monster im schloss hier und trotzdem hast du bisher geschafft ok ok er kann nicht glauben dass wir alle besiegt haben und dann verspille ich eine schwierigkeitsgrad ändern ok 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 wir alle die dialogue skippen wenn wir verlieren was wir werden wenn ich ihn wieder bekämpfen will was wahrscheinlich nicht werden wollen ok legen wir los dolhabach mal schauen erstmal heilen so fange ich am besten an ich glaube die lanze ist eine gute option ok ok da kommt wild auf mich zu ok das wilde magie sehr wilde magie ey jo ich schätze mal da hilft nur eins sorry not sorry du penner so das ist 181 damage die äpfel machen naja nicht so viel weniger und das griff macht ja auch gute arbeit aber warte mal tut es jedes mal ein bisschen attack restore schade eigentlich schade eigentlich und das dem messer naja sehr kollege treffen oh ok ich kann über erstmal sowieso nicht fangen verdammt ja wir machen einfach so platt kein problem kollege get wrecked ha ha könig der waffen war viel schwerer ha ha ok dolhabach wurde besiegt easy peasy na 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 was jetzt kollege weil ich habe keine zweite form oder sowas ich habe nur die eine ich dachte schon auch so wie waffenkönigin naja gut oder waffengöttin ich habe verloren ich habe verloren nein meine physische form wird zerstört schmelze äh ich entschuldige mich weil das ein bisschen nervig ist es ist teil meines jobs zu schreien äh zu schreien und mich zu winden wenn der könig besiegt wird cool so belohnung dafür dass wir ihn besiegt haben äh ok er gibt bei seinem schwert nett demon lord blade nice ok der sorgt dafür dass das ding in mein haus kommt cool das die welt ohne ihn sein kann schön für dich ok und jetzt dürfen wir diesen job übernehmen nice cool warum nicht Und so wurde Waco damit beauftragt, den Frieden und das Gleichgewicht im Land aufrechtzuerhalten. Waco dachte, ich bin hungrig, werde ich nur nach Hause gehen. So, ich kann jetzt alles im Schloss mit dem. Und ich habe die Heldentrophäe bekommen. Wow, nice. Okay. Okay, ich kann jetzt hier direkt nochmal reingehen. Äh, erstmal nicht, danke. So, viel wichtiger wäre nämlich erstmal... Ey, das Pferd ist wieder da. So, wir haben hier neue Sachen bekommen. Ne, wo ist die... Die Waffe? Ah, hier, cool. Haha, der hat echt die verdammte Klinge dagelassen. Reichweite, ordentlich. Nicht schlecht. So, hier, Hühnchen. Wilder Schaden. Und es ist immer ein Crit. Okay, ist besser. Das Löschwert dann. Das ist krank. Okay. Ich werde nochmal jetzt einmal mehr nach reingehen und schauen, was ich noch so mitnehmen kann. Äh, so. So, ich würde gerne ganz unten starten. Weil ich sowieso gleich wieder gehe. So, das Ding... Das Ding hingegen schon. Achso, weil ich sowieso nichts habe. Okay. Laterne, wild. Leider kann ich nicht mehr als das mitnehmen. Oh, ich muss kurz aufräumen. Mist, wie ich auch. Da wird zum Rekord Slash. So, und ich werde ja bestimmt... Achso, äh, das war ein Fail. Ne, ich wollte eigentlich... Ja, 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 ja. Ist ja in Ordnung. Ja, ja. Ah, was ist denn los? Okay. Tschüss. Gesehen, was ich sehen wollte. Na gut, ich würde sagen, das reicht noch nicht für die Folge, oder? Ja, klar. Also, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir die Waffengalerie hoffentlich vervollständigen. Wir sind ja so nah dran, unser Schaf wird uns da ein bisschen nicht helfen. Also, bis zum nächsten Part und bis dahin. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wir sind ja so nah dran. Ich sage, dass wir uns da eine B